Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich möchte mich noch mal ganz kurz selbst vorstellen. Mein Name ist Mareike Büst und ich bin Koordinatorin des Verbundprojekts Lehre 4.0, E-Learning für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und ich promoviere auch zum Thema Partizipation im Social Web am Institut für Soziologie, auch hier an der JLU. Und mein Interesse an dem Thema Social Media in Forschung und Lehre setzt sich eben zum einen aus meinem Forschungsschwerpunkt Social Web zusammen und der Zielgruppe von dem Verbundprojekt Lehre 4.0, nämlich die NachwuchswissenschaftlerInnen und Lehrende der JLU. Ich möchte mich heute mit verschiedenen Fragen beschäftigen. Und zwar, was bedeutet digitale Präsenz für mich als ForscherIn und wie beeinflusst es auch meine Forschung selbst? Welche Rolle spielen soziale Medien als Lehrende bzw. Lehrender in meiner Lehrveranstaltung und wie nutzen Studierende Social Media in ihrem akademischen Umfeld? Welchen Einfluss hat Social Media auf Forschung, Lehre und Studium? Und wie werden sie genutzt und wie können wir diesen Einfluss wiederum selbst steuern und die Vorteile eben für unsere Bedürfnisse nutzen? Bevor wir die Fragen am Ende hoffentlich alle beantwortet haben, müssen wir uns folgende Fragen stellen, nämlich was ist Social Media und welche Plattformen gibt es? Welche funktionalen Kernkompetenzen, den Begriff werde ich später nochmal aufgreifen, gehen eben von diesen Plattformen aus? Und schließlich, wie können diese in Forschung, Lehre und Studium eingesetzt werden? Und dann möchte ich eben auf die erste Frage direkt zu sprechen kommen, nämlich was ist Social Media? Social Media setzt sich aus drei Komponenten zusammen, nämlich dem Produkt, der Anwendung und der Plattform. Das heißt dem Content, der Application und dem Social Network. Medien, beziehungsweise die Produkte, die auf sozialen Medien geteilt werden, den sogenannten User Generated Content, werden eben mit dem Ziel der Kommunikation, des Austausches und der Vernetzung geteilt. Und hierbei handelt es sich eben um die Inhalte, Videos, Bilder, Blog-Einträge, Dokumente, Poster, etc. pp. Dabei wird zwischen verschiedenen Anwendungen unterschieden, wie zum Beispiel Web-Blogs, es gibt Mikro-Blogging, News-Groups, Forend, Instant-Messenger, Wiki, Social-Bookmarks, Photo-Sharing, Video-Sharing. Es gibt neben den Blogs auch noch Blogs. Und da wird auch nochmal unterschieden zwischen On-Demand oder Livestream. Das heißt, bei dem Begriff Application fragen wir uns, um welche Anwendung handelt es sich. Und zum Schluss ist natürlich auch die Frage, auf welchen Netzwerk-Plattformen findet Social Media statt. Das heißt, auf welchen Social Networks findet Social Media statt. Und um hier einige, aber die präsentesten zu nennen, soziale Netzwerke sind beispielsweise Twitter, YouTube, Instagram oder auch Facebook. Um das mal zu visualisieren, habe ich hier das sogenannte Social Media Prisma mitgebracht. Das Social Media Prisma gibt schon einen sehr guten Überblick über die Masse an Social Media Plattformen und Apps und auch die zahlreichen verschiedenen Einsatzgebiete. Und was wir hier aber auch sehen, ist, dass es eben wahnsinnig viele verschiedene Funktionen und Einsatzarten von Social Media gibt, beziehungsweise dass es auch diverse Möglichkeiten der Aneignung gibt. Wir sehen hier zum Beispiel die Plattformen. Das sehen wir hier innerhalb der bunten Blume und die Art der Anwendung. Das sind die Stichworte, die hier außen rum zu sehen sind. Der Content, der auf diesen Plattformen entsteht, ist der Content, der durch die User generiert und geteilt wird. Hier unten sehen wir nochmal den Rest der Blume. Die ist so groß, deswegen habe ich sie ein bisschen aufgeteilt, damit man es etwas größer sehen kann. Hier sehen wir jetzt beispielsweise Plattformen wie zum Beispiel Facebook, die sich in der Anwendung Social Network eingruppiert. Und das Gleiche finden wir hier beispielsweise bei den Messagern wie Telegram oder WhatsApp beispielsweise. Um die Frage also aufzuschlüsseln, was ist Social Media, müssen wir die sogenannten funktionalen Kernkompetenzen aufschlüsseln, die eben ganz charakteristisch für den Begriff Social Media ist. Ich habe hier eine Folie vorbereitet, die einmal diese vier funktionalen Kernkompetenzen auch aufzeigt. Wir haben zum einen die Online Communication, wir haben das Social Networking, wir haben das Social Collaboration und das Social Publishing. Und alle teilen Beispiele für die Kompetenz, die innerhalb dieser Kernkompetenz ganz präsent ist, die Anwendung und auch die Methode. Und ich würde jetzt gerne einmal jede Kernkompetenz durchgehen, um dann eben nochmal genauer aufzuzeigen, Was muss eigentlich geboten sein, um sich Social Media schimpfen zu dürfen? Und vor allem möchte ich hier auch gerade bei der Methode schon ein bisschen darauf eingehen, wie man das im akademischen Kontext auch einsetzen kann. Die Tools des Online Communicating dienen zum Beispiel in erster Linie der Herstellung und Pflege sozialer Kontakte und werden vorrangig für Kommunikation und Interaktion mit einem argumentativen Austausch verbunden. Hier wird unterschieden zwischen Synchron- und Asynchron-Tools, beispielsweise Instant Messaging oder Chat-Funktionen, Audio- oder auch Videokonferenzen. Und bei den Asynchron-Tools sind solche Tools genannt wie E-Mails oder Foren. In vielen Lehrveranstaltungen werden ja bereits so etablierte Tools wie E-Mails oder Foren hier und da auch schon mal Chats angewendet. Es findet aber auch immer mehr die Anwendung, dass Messaging-Dienste genutzt werden, häufig auch von Studierenden, die mit den vorhandenen Tools nicht klarkommen, beziehungsweise die eben nicht ganz in der Lebensrealität der Studierenden angekommen ist und die sich dann natürlich mit Tools oder Netzwerken auseinandersetzen möchten, die sie selber auch in ihrem Alltag nutzen, beispielsweise WhatsApp oder Telegram oder Trema. Diese Messaging-Dienste oder beziehungsweise diese Instant Messaging-Tools werden aber natürlich auch im Bereich von Online-Konferenzen für Feedbacks, Diskussionen oder auch eine thematische Vertiefung eingesetzt. Unter Social Networking versteht man Tools, die in erster Linie zur Darstellung der eigenen Personen und zur Herstellung und Pflege von sozialen Kontakten in diesen Netzwerken genutzt werden, wobei hier aber auch die Kommunikation und die Interaktion vorrangig zur Kontaktaufnahme dienen. Und dabei unterscheiden wir in Business Networkings beispielsweise Xing oder LinkedIn oder private Networking-Seiten, die zum Beispiel MySpace, der es noch nutzt, oder Facebook oder damals auch noch Studi-VZ oder Schüler-VZ beispielsweise. Und die Anwendungen geben eben erste Informationen über die Personen und über die einzelnen Communities, über verschiedene Interessengruppen, gibt aber auch einfach nochmal so die Möglichkeit, sich innerhalb dieser sozialen Netzwerkgruppen auch nochmal auf andere Kommunikationsmittel zu verständigen, beispielsweise der Skype-Name oder die E-Mail-Adresse. Und die Social Networking-Plattformen werden primär eben genutzt zur Kontaktpflege, zur Vernetzung mit Kommilitonen, aber auch natürlich mit KollegInnen, anderen WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern. Die Tools des Social Collaborating fördern das gemeinschaftliche, synchrone und asynchrone Arbeiten an Dokumenten und Wissensressourcen. Und ich denke, da schwebt uns schon direkt das Wikipedia vor Augen. Wir unterscheiden hier zwischen so Online-Office-Tools oder Paketen, wie beispielsweise Google Docs, wo man kollaborativ Präsentationen oder auch Textdokumente anfertigen kann. Aber auch eben, wie bereits schon erwähnt, die Wikis, die zum Beispiel zur Produktion von Nachschlagewerken zum einen oder mehreren bestimmten Themen eben eingesetzt werden und natürlich auch häufig in der Lehre und bei Studierenden eingesetzt werden für einen ersten Wissensaufschlag. Und gerade hier im Bereich Wikis, aber auch Blogs, findet man schon die ersten Anzeichen dafür, wie man das eben in der Lehre einsetzen kann. Nämlich durch das selbstständige Erstellen vom Beitragen können Lernende eben leichter motiviert und auch relativ schnell zu aktiver Mitarbeit angeregt werden. Und das Verändern von Texten fördert eben auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema. Und das bedeutet auch, dass Seminararbeiten eben nicht einfach nur abgegeben werden, sondern man sich auch für spätere Arbeiten eben noch mit dem Thema auseinandersetzt. Zum Schluss ist ein zentraler Bestandteil des Social Publishing natürlich selbstproduzierte mediale Inhalte, aber auch die Reflexion von medialen Inhalten anderer NutzerInnen eben mit bestimmten Interessen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und dabei geht es nicht um das gemeinsame Bearbeiten und Verändern von Informationen, so wie es jetzt beim Social Collaborating der Fall ist, sondern es geht wirklich eher um das Bereitstellen, um das Veröffentlichen von Informationen beziehungsweise von Content, den man selber hergestellt hat. Auch hier ist ein Beispiel der Wettblock, der eben als persönlicher oder auch institutioneller Informationsspeicher dienen kann, in dem eben erarbeitetes Wissen individuell strukturiert, archiviert und veröffentlicht werden kann. Gleiches gilt aber auch natürlich für Plattformen im Bereich Social Sharing oder Publishing. Da haben wir auch beispielsweise Instagram, wo man natürlich dann auch Content veröffentlicht, der aber eher im medialen Medium wie Bild oder Video seinen Platz findet. Ein Beispiel, wie man eben diese funktionalen Kernkompetenzen und auch die Plattformen, die wir eben schon gesehen haben, auch in der Lehre einbauen kann, möchte ich an einem Beispiel zeigen von einem Lehrenden der JLU Gießen und möchte hier einmal auf Dr. Leo Will aus dem Fachbereich 05 vom Institut für Anglistik zu sprechen kommen. Dr. Leo Will promovierte 2018 und beschäftigt sich eben in seinem Projekt TEFL, Teaching English in a Foreign Language, mit in seiner Lehrveranstaltung mit Twitter. Er hat selber einen Twitter-Kanal erstellt, in dem er Fragen, die innerhalb seines Seminars zustande gekommen sind, innerhalb von Twitter postet und seine Follower nach einer Antwort oder nach einem Diskurs fragt. Und nach einer Woche sammelt er diese Ergebnisse, die er auf die Frage aus dem Seminar bekommen hat und gibt die dann in ausgedruckter Form, wahrscheinlich aktuell mittlerweile auch schon wieder digital, an die Studierenden zurück, die dann eben über die Antworten diskutieren können und sich mit den Inhalten der Follower auseinandersetzen können. Das ist alles noch mit einem Hashtag versehen, so dass eben auch Interessierte, die wirklich nur an der Diskussion interessiert sind, direkt mit einem Hashtag zu den Inhalten und zu den Fragen kommen. Welche Kernpunkte bei diesem Projekt zu sprechen angesprochen werden, sind sechs, auf die ich jetzt nochmal genauer eingehen möchte, nämlich im Bereich Social Media in der Lehre. Zum einen greift Social Media natürlich die Lebenswelt der Studierenden auf und sorgt für Aufmerksamkeit und weckt natürlich auch Interesse beziehungsweise trägt auch zur Aktivierung der Studierenden bei. Außerdem bietet der Nutzen von Social Media natürlich auch die Möglichkeit des Austauschs innerhalb von Studierendengruppen. Und was außerdem noch eine Möglichkeit ist, ist, dass Studierende natürlich nicht immer nur unter sich bleiben müssen, sondern sich auch mit Studierendengruppen anderer Universitäten auch vernetzen können. Dann haben wir den Punkt der Materialdistribution. Gerade wenn Studierende beispielsweise mit Tools wie Wikis oder Blogs arbeiten, findet man natürlich hier im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, einer eher trockenen Hausarbeit hier die Möglichkeit, sich auch nochmal mit einem ganz anderen Medium auseinanderzusetzen und alle Informationen, die eben beispielsweise zu einem bestimmten Thema erarbeitet werden sollen, an einem Fleck und das auch online. Was mich auf die Punkte Medienkompetenz und Digitalkompetenz zu sprechen bringt, denn durch die Auseinandersetzung mit Tools wie beispielsweise Wikis oder Blogs, nur als Beispiel genannt, setzen sich die Studierenden natürlich auch im Umgang mit Medien und auch im Umgang mit digitalen Medien auseinander und üben sich so in Medienkompetenzen und auch in ihren Digitalkompetenzen, was natürlich auch auf die spätere Karriere vorbereitet, wenn in dem Arbeitsfeld auch das Interesse besteht, weiter tätig zu sein. Und dann zum Schluss natürlich noch die Kollaboration. Das heißt, man kann natürlich mit Social Media Tools, auch gerade auf den Plattformen für Social Networking, natürlich auch Gruppenarbeiten umsetzen und so eben das Zusammenarbeiten von einzelnen Studierenden oder auch von Studierendengruppen umsetzen. Gerade im Bereich Social Media in der Lehre sollte man prinzipiell immer vorsichtig sein, denn es gibt Zugangsbeschränkungen. Alle sozialen Netzwerke funktionieren nur über einen Zugang, über das man ein Profil benötigt. Das heißt, es ist nicht inklusiv, sondern eher exklusiv. Man sollte immer auf die Datensicherheit und auf die Persönlichkeitsrechte der Studierenden achten und sich hier immer an die Prämisse der DSGVO halten. Und man sollte natürlich sich auch immer darüber im Klaren sein, dass Profilidentitäten von anderen, die auf die Studierenden zukommen, innerhalb von sozialen Medien immer ungewiss ist. Wie man Social Media in der Forschung einsetzen kann, möchte ich auch noch mal anhand ein paar Beispiele aufzeigen. Zum einen möchte ich hier einmal aufzeigen, den Twitter-Kanal der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Was wir hier einfach nur mal sehen, ist, dass DFG sich beispielsweise auf Twitter tummelt und einfach heute hier noch mal als Beispiel dient, dass eben auch offizielle Institutionen natürlich auch sich mittlerweile im Bereich Social Media angesiedelt haben und das auch nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen und auch Informationen weiterzugeben. Ich möchte aber auch noch mal auf zwei prominentere WissenschaftlerInnen eingehen. Zum einen Nico Rittenau und die wahrscheinlich mittlerweile allseits bekannte Maiti Kim. Nico Rittenau veröffentlichte beispielsweise 2018 während seines Studiums sein erstes Buch und den Bestseller Vegan Klischee ade und schloss 2020 sein Masterstudium zum Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin an der privaten Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld ab und ist aktuell als Koch, Autor und Ernährungsberater tätig. Und was wir hier sehen, ist auf der einen Seite der Header seines YouTube-Kanals im Februar 2020 und auf der rechten Seite der Header seines YouTube-Kanals von Juni 2021. Die Screenshots sind heute noch entstanden. Und hier würde ich mal den Tipp geben, schauen Sie sich gerne mal die Abonnenten an, in was für einer rasenden Geschwindigkeit die Abonnenten gestiegen sind, was meiner Meinung nach natürlich auch noch mal zeigt, wie spannend sich Social Media eigentlich entwickelt hat. Das Gleiche sehen wir hier unten bei Maiti Kim bzw. auf ihrem Instagram-Kanal MyLab. Maiti startete 2015 mit ihrem YouTube-Kanal MyLab und promovierte 2017 an der Universität in Potsdam und ist aktuell als Wissenschaftsjournalistin für Funk tätig. Funk ist ein Online-Content-Netzwerk der ARD, ZDF und SWR, die unterschiedliche Formate bedienen. Das heißt, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen momentan die Stärke von Social Media für sich. Und was das für Stärken, aber auch für Nachteile sein können, darauf möchte ich in meiner letzten Folie zu sprechen kommen, nämlich Social Media in der Forschung. Jetzt hängt es ein kleines bisschen. Da, jetzt. Auch hier gibt es wieder Vor- und Nachteile. Zum einen bedeutet Social Media in der Forschung eine Ergänzung traditionaler Publikationssysteme. Das heißt, die Inhalte, die ich innerhalb meines Forschungsprozesses erarbeite, muss ich jetzt nicht mehr unbedingt als fertiges Produkt, nämlich als meine Publikation, veröffentlichen, sondern ich kann auch den Forschungsalltag und den Prozess dorthin begleiten. Das heißt, es findet hier ein verkürzter Publikationsprozess statt und die Qualitätskontrolle ist auf viele Schultern verteilt. Das bedeutet zwar eine Demokratisierung des Publikationsmarktes, bedeutet aber auch, dass jeder beitragen kann und man natürlich nicht weiß, wer kontrolliert hier, wer prüft. Das heißt hier die Prämisse, viele Köche verderben auch den Brei. Vor- und Nachteile. Social Media in der Forschung kann natürlich auch für die Kontaktpflege und Aufnahme zu anderen WissenschaftlerInnen oder auch zu anderen Institutionen oder Forschungsgruppen dienen. Es erleichtert zum einen die kollaborative Zusammenarbeit und bietet auch vielfältige Austauschmöglichkeiten als auch Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern und bietet eben je nach Plattform eben auch eine Kommunikation auf Augenhöhe. Denn auf Social Media Plattformen ist es eigentlich gang und gäbe, dass man sich auch duzt und dementsprechend tatsächlich auch auf einer anderen Ebene miteinander kommuniziert, so wie es man eigentlich aus dem akademischen Umfeld gewohnt ist. Außerdem bekommt man natürlich auch durch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die eben aufgrund der sich neu, ja, ich möchte mal sagen, neu formulierten Wissenschaftskommunikation transparenter geworden ist, eben die Forschung transparenter und nachvollziehbar. Das heißt, wenn ich auf Social Media beispielsweise meinen Forschungsalltag begleite, dann zeige ich natürlich nicht nur das Produkt am Ende, sondern ich zeige auch, wie es dahin kommt. Das kann Vertrauen, aber auch Misstrauen in die Wissenschaft stärken. Aber auch hier sehen wir Vor- und Nachteile. Dann schafft es natürlich Zugang über Interessengruppen und zur öffentlichen Meinung im wissenschaftlichen Diskurs, der eben einbezogen werden kann. Und er öffnet auch den Diskurs über die eigene Forschung, was auch eben im Bereich des Austausches natürlich gerade im Bereich der Forschung eine der absoluten Prämissen ist, um neue Perspektiven zu generieren auf die eigene Forschung. Dann natürlich mit der Auseinandersetzung des Mediums lernen auch Forschende und WissenschaftlerInnen natürlich mit den Tools umzugehen und fördern so ihre Digitalkompetenz. Und ganz zum Schluss bedeutet natürlich auch Social Media in der Forschung immer Selbstmarketing. Das heißt, man vermarktet die eigene Forschung, was aber auch die Möglichkeit bietet, Aufmerksamkeit auf die eigene Forschung zu lenken, wenn es denn entsprechend auch angemessen und gewollt ist. Beispielsweise im Bereich, ich möchte meinen Forschungsalltag präsentieren. Das ist auch ein Punkt, auf den ich eben schon zu sprechen gekommen bin, denn es wird eben jetzt nicht mehr nur das Produkt publiziert, was zählt, sondern es ist der Weg dorthin, der begleitet und bewertet wird. Und letzten Endes, so viel kann ich sagen, gibt es zahlreiche kreative Möglichkeiten und Strategien, Social Media in Forschung, Lehre und Studium auch anzuwenden. Man sollte sich aber auch letzten Endes immer im Klaren sein, dass Social Media immer auch eine gewisse Öffentlichkeit bedeutet, die einem neue Wege erschließen, einem aber auch natürlich Steine in den Weg legen kann. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Einladung zu der E-Coffee Lecture. Ich hoffe, dass alle den Input für sich mitnehmen konnten und freue mich dann auch später auf YouTube über Feedback und wünsche allen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Vielen Dank für die Einladung.